Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wird niemals der Fall sein Deswegen akzeptieren wir auch eine Wette, die 2500 zu 1 ist Und er hat 60 Pfund gewettet Und Tatsache war, der Bub ist 16 Jahre alt und hat gestern das erste Mal in irgendeinem Fußballclub gespielt, wo der Opa halt gewettet hat und der Opa hat 150.000 Euro Das war glaube ich ein Wales Der hat darauf gewettet, dass der Enkel mal Nationalspieler wird Der war jetzt irgendwie der jüngste Nationalspieler von Wales aller Zeiten oder irgendwie sowas Ich weiß nicht, aber irgendwie war es wohl so Ja, ich habe es auch gelesen Und das war sogar Nationalmannschaft Oh, da stehen gleich mal fünf Mann rum Mutti, links Zwischen den Geldautomaten Hat mich schon gebrezelt Mit Snipergewehren brauche ich da drum zu rennen Was ist da los? Der liegt da immer noch Der liegt da immer noch drum Ich bin leider gerade unfassiv Scheiße, Schmidi ist jetzt der Weg jetzt Ja, der hat mich gerade Pusen braucht es zum Tag oder ich weiß nicht Gern noch mal auf die Tabelle Das ist noch schön, dass nicht nur Okay Schau halt noch mal drauf, dass die 23 Punkte wurden jetzt 1200 Ja, ich habe auch gerade eine schöpferische Schaffenspause, wenn du verstehst, was ich meine Ja, ich weiß nicht Ja, ich habe auch mal eine M3 Ja, ich habe auch noch 20 eingepackt Mal gucken, ob ich hier meine Töne mache Oh, wie blinkt Oh, komm, das her schon wieder Ich gehe jetzt auch mit Auch Ach, da hinten hockt der Arsch Auch da? Okay, nach, oder? Hier, überdrehen Frau Jäger schon wieder Ja, so Mit der Frau Jäger Was da wohl draus wird, Ralf? Da liegt kein Segen drauf, sagt der Olli immer Ja, ich habe keinen gesehen, ich bin einfach umgefallen Ach, wie freue ich mich, wenn ich das neue Paddlefield rauskomme Und ich werde nie mehr, nie mehr diese Drecksmetro kackig spielen, ey Nein, ich muss mal planen! Ach! Oh, verdammt! Ein 00% hat er noch Hat er mich doch tatsächlich noch alle schwitzen? Du, neetön, du, ne? Ihr tümmelt euch da bei C, oder ist das da Party? Ne, wir nehmen sie einfach fertig So Ohaah! Ne Clowns bei C! Ja, ich bin gerade mal Was auch immer das bedeuten soll Ja, ich habe gerade so ein bisschen das Zischen am Arsch gehabt Und das war jetzt gerade nicht schön Whatever this means Wow Sie haben mich schon wieder zurückgenommen Und was macht denn ihr da immer zurücknehmen? Ja, jetzt habe ich noch nicht einen Medi-Pack dabei Wo sind denn die C-Nehmer? Weiß nicht Die C-Nehmer? Der Clowns ist abkaut Jetzt bringt C Ah, Mist Wo hast du den? Ja, den Clowns habe ich erwischt, aber er mich auch Oh, das ist noch leicht Oh, Alter Ich muss ihn bei Ars bohren Ach, jetzt ist irgendjemand irgendwo Ja, ich bin bei Ars bohren Ja, ich bin bei Ars bohren Ach, bei Ars bohren Toll Ja, ich war gerade am Beet dran Und wurde mal wieder von hinten gemessert Na, ich muss mich gemessert sein Ist natürlich nicht sehr rühmlich und auch nicht sehr löblich Ja, alles andere macht doch kaum Spaß Ey, wie hat diesmal jetzt nachladen muss denn wenn ich... Ich zieh mit der M320 Ich kann kotzen Ich schlieb da irgendwo in der Nähe vom langen Gang, falls mich da jemand holen möchte Ja, ich komm mit seiner nichts mehr ganz hin Ja, dann bleib am Leben Hinterm... hinter der U-Bahn Wo ist er denn der Arsch? Ach, komm Das kann jetzt sein, Frau Jäger Es gibt es doch Es gibt es nicht Hey, leck mich doch am Arsch, ey Mann, 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 Mann Lass die Mutti, ich lass dich jetzt noch ein wenig laufen, Mutti Ja, ich würd nur zu lang warten, weil... Du weißt, wie die Mutter drauf ist? Mitten ins Gefecht wird gerannt Ah, hab ich schon die ersten Treffer gespürt grad Hey, der Bulldog wollte mich hier messern, oder wie? Ja, jetzt schieß mir einen Das war ich, sorry Baldi war das Geld ja Ich hab's grad gesehen Ich hab deinen Namen noch gesehen Den Täter hier gleich ausgemacht Im langen Gang Hey, Mini Und das hat er schon So, jetzt langs Homo Immer von hinten da Oh, verdammt Der muss mir natürlich voll durch die Kugeln hüpfen So Ganz sehr gut Naja, wo dann lebst du denn wieder? Ich hab den blöden behinderten Asian Box Boss auf jeden Fall mal gemessen Och, jetzt Rolltreppe Lauf mal einer Kann mal einer zurücklaufen und mich schnell reanimieren Klieg im Hammer im Dinggang Danke Das ist nichts kann ich reanimieren Rolltreppe ist so sauber für uns Die machen beide Die machen hinten Rolltreppe ist as-have Kommen wir zu C Pass auf, da kommt was auf dich zu Weil ich... Ich bin nun bei B oben also Okay, da kommt was auf Treppenaufgang Ich hab's grad noch gesehen Ich bin auch schnell abgebogen Rechts Warum ist denn der auch so das? Richtig unten Ich hab mir grad ein bisschen zurück Ich hab mir grad ein bisschen zurück Also Defensive Ich hab mir grad ein bisschen zurück Also Defensive Ich hab mir grad ein bisschen zurück Oh, magisch, Valdi Nero, reanimier mich mal, dreh dich schnell rum Nero, da kommt gleich die M330 zu Ist der schon im langen Gang drin oder was, Valdi? Ja Oh, Moment, ich muss ja grad mal auf die Rolltreppe aufpassen Im langen Gang Nero, du bist nicht mehr positiv Huch Kommt doch keiner Das hat nichts zu sein Beschwer' dich jetzt halt noch Seck mal, dass ich dich schreit Komm, sterb doch einfach Komm, sterb doch einfach Also jeder, der jetzt die Mutti sieht, sagt dir mal, was sie ist Ja, genau Nicht, dass wir hier eine böse Überraschung über die Och ey Das ist echt zum Kotzen Wo ist ein Midi-Pack? Ich brauch ein Midi-Pack Wo auch immer das ist Ah, Nero, dreh dich schnell rum, Ria, nimm mir mich Aber seit meiner Wache lässt nichts Ach ja Ja, ich bin eh gleich weg, Jungs Ah, fuck Nein Nein Ab Treppenaufgang, bleibst du heun Ich bleib nicht hin Ja, du bleibst Ich mach spätestens um 10-Schluss Ey, komm dir um die Ecke rumgelaufen und schießt mich einfach ab Als wenn ihr genau wüsst, wo ich stehe, ey Man, da vielleicht hat er es gewusst Ich kann das höchstens erahnen, dass ich da stehe Ja, das geht doch Oder so, nein, ich bin Och, Valdi Die Frau ist Kilometer lang flogen schon Orientierungsprobleme anschecken Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich Oh verdammt, da war ich Ich mach überhaupt keine Punkte mehr, okay Ich kann hier nicht mal mehr... Scheiß M320 Die ist nicht ganz für mein... für mein Spiel Die M320 Nichts gut? Nee Die stört dann Die stört dann... Dann mach ich immer viel zu wenig Punkte Ich mach viel mehr Punkte, wenn ich mal zum Schluss durch Endlich mal mit an der Anomie Danke, wer auch immer den grad gekillt hat Da ist ja jemand gefurzelt hier Kommt, gute Lasten! Granat, bitte zu wenig! Der ist ein bisschen angeschossen hier Der CV-Pack Ey, rechts hinter der U-Bahn Sorry Ich wollte den jetzt eigentlich messern, du Sau Habe ich mir schon gedacht Ich bin Also, ich sitz vorne bei C Oh Da ist einer oben über C irgendwo Jaja, auf diesem... Einer? Oh Das sind viele Das sind einige Ach komm, er schießt den doch einfach Mann Bisschen uhr Da fall ich noch So, jetzt werd ich immer mal mehr die BK hinbebringen Scheiß M320 Oh, verdammt Räche mich, Valdi, räche mich Fuck Leck! Ach komm, leck mich am Arsch, ey Ja, wo ist denn der Wichser? Na, kleine Schwuchtel Ah, hier, kleine Schwuchtel Das sind fünf Mann Oben auf der Treppe Ach, ey Oh, ja Ja Mutter, jetzt läuft's bei mir Ihr? Bei mir nicht 43, 23, ich hab alles Und von hinten, jawoll, genau Warum passiert das immer noch? Lebt noch einer von uns? Ich bin tot Ich bin auch tot Der Walde lebt noch Noch Bin tot Ich bin tot Ich bin tot No Ich bin tot Irgendwas Irgendwas Der Mini lebt Da ist noch einer in der U-Bahn, links von euch. Der realisiert mir alle. Weil er wollte es zumindest, bis die mächtige Mutter ihn genutzt hat. Allmighty Mother. Au. Ich gebe es, dass ich nur Hilfe bei dir gebe. Ich bleibe halt da liegend, Schmidi. Hey, au man. Da liegt einer oben über C immer noch drin, hinten im Eck. Ich hoffe, der... Boah. Werden wir gemacht? Nee, da liegt ja immer noch. Wie gesagt, das hätte ich gerne in 23. Ich glaube, schiebt mich doch schon wieder. Alter, wirks. Hier steht eine Spawn, ähm, Tux. Ich mach dir mal weg. Hehehehehe. Oh. Oh. Ich hab mich. Scheiße, Licht mach ich auch mal aus. Aus, ob ich hier sind. Los. Gib mir jetzt drüben. So, es ist leicht. Der schießt da. Au. Mini gibt es nicht mehr. Was ist denn da passiert? Ey, Reanimation, ich lief'n Feuer. Nero rennt so schnell. Hehehe. Hehehe. Heißer Typ, du. Hehehe. Scheiße. Ich kann gar nicht wieder verlebt werden, weil ich im Feuer lieg. Ja, aber dank dir hab ich jetzt ne Medical Metal bekommen, also von daher war's schon so. Pfff. Ne Zehntausender wenigstens? Ne Medic Metal, ich weiß nicht, was ne Zehntausender war. Ja, wenn's ne Metal war, dann ist es ne Zehntausend. Ja. Genau. Dann ist sie gut und gut. Wenn's so ne fette Metal ist, die davor erscheint, dann war's halt wieder. Ach, verdammt nochmal. Hat jemand nen Moonpack, der da hinter mir rumschleicht? Alter, da wirft mir sogar eins her. Ne. Ne, das war ein Midi-Pack. Das mein' ich ja. Ach, welche Freude. Aber Moon kann ich auch gehen, Mutterrotte. Ne, Moon will ich nicht. Ich will Medi. Aber schmeiß. Schmeiß durch. Medi hast du willkommen. Er schmeißt durch alles her. Die Mutter nimmt alles. Sehr schön. Ah, es erlaubt mich und erquickt mich. Warte, wir sind hier. Der böse Valdi bedient sich meines Lachers. Warum stirbt mein Valdi? Mit ich... Ne. Verdammt nochmal. Wie spawne ich beim Nero, wenn der Nero gerade da drauf geht. Hast du die Lektion noch nicht gelernt? Bei mir zu spawnen ist nicht gut. Ach, Mutti, deiner U-Bahn sei da drin. Ach, scheiße. Das wär' ein schönes, böses von hinten kommen Mutti gewesen. Ach, ich hab' noch angeschossen. 24% an der Mache gehabt. Der Boss. So, aber ich glaub' ich hab' ne gute Runde hingelegt. Das Gott. Ein gutes Leben, wenigstens. 44 zu 47. Ich hab' ganz schön aufgeholt. Pfff. In der U-Bahn hinter euch. Boah. Boah. Mann, ey. Die rennen da auf der linken Seite immer noch rum. Da ist grad einer Richtung C gelaufen. Okay. Das ist ein richter Wind. Verreißt euch zusammen. Ja, Mutter, du bist jetzt fast am positiven dran. Ja, ich sag' doch. Das war ne ergiebliche Runde grad. Ich werd' genauso spielen, wie ich grad' gespielt hab'. Ich krieg' schon wieder von hinten einen Treffer. Hier ist dein Medikit. Der steht schon wieder in der U-Bahn drin. Der ist gleich Richtung B unterwegs, ne? Direkt mit dem Hauptgang Richtung B. Ja, mich hat er auch. Komm' uns einmal über Mini gespawnt, weißt du? Der ist schon durch. Der rennt zu A, alter. Ja, der ist Oli-Tunnel. Ja, ich wohne nicht. Ich bin nicht spawn bei A. Nein, ich wohne nicht wiederbelebt. Nein, ich bin bei A. Einen hab' ich. Anderen hab' ich auch. Aber Spawnback steht noch da. Wo? Oli-Tunnel. Oli-Tunnel. Das ist wo? Und der B rechts, der rechte Tunnel. Ich bin aufm Weg. Bin bei B. Aber die Mutti ist wahrscheinlich... Nein, das sind schon zwei. Das sind schon mindestens zwei gespawnt. Drei. Vier. Rennen rauf zu B und rennen den Seitentunnel rauf. Rennen der Rolltrain oder der B. Ah, verdammt. Zweistück hab' ich nicht gekriegt. Mann, ich nicht. Da ist schon wieder einer von B zurückgekommen Richtung C. Ja, der hat mich abgekirrt. Sniper rennt Richtung A auf der linken Seite. Und einer hab' ich erwischt. Warte, ich hab' mich nicht gekriegt. Ach Gott, komm, ey. Hab' mich erwischt. Nein! Das ist doch scheiße, ey. Nicht so schlimm. Nur dieses umklicken. Lauf bei Kill 100. Auf den Defibrillator. Das kostet nicht mal so viel Zeit. Das stimmt. Ohne Scheiß. Scheiß Defi. Schmeiß ihn weg. Ähm. Irgendeiner. Irgendeiner. Ja. Scheint hier zu glitschen. Oh. Da ist er auf unserem Server aber falsch. Da bimmelt's auch. Genau. Da glitschen nämlich nur mir. Ja. Da kommt einer zu C zurückgelaufen. Dieser Andreo Lilica. Der hat irgendwo eine Spawn-Bike stehen. Der muss, der muss im rechten Tunnel eine Spawn-Bike stehen haben. Der läuft jetzt mal wieder zu C zurück. Ja. Den hab' ich schon zum zweiten Mal da getroffen. Da steht sie. Nichts kaputt machen. Mann. Zu spät. Egal. Zu spät. Wayne. Ab die Posten. Auf nach C. Die links lang, dass links keiner durchbricht. Ich geh' rechts rum an der U-Bahn. Ich geh' mir mal in die Mitte. Der war in der Mitte drin. Ich hab' geschissen. Wer hat denn da den Rot-Dings da draufhängt? Wir sind am Mittelgang. Haben wir jemand? Alter A blinkt. Wo sind die Durchgangs, ey? Das gibt's doch nichts. Oh. War da noch einer? Verdammt. Das Einsatzstil ist nicht mehr in unserer Hand. Over. Ach, wo kommt das denn? Ich bin mal auf dem Weg zu A, ne? Ja. Ich komm' gleich. Von wo? Ah, verdammt. Da ist schon einer an der Rolltreppe bei B. Von uns aus gesehen vorderen. Du musst einfach bei B spawnen. Wenn du bei B spawnst, bist du schon bei A. Weil das ganz hinten ist. Ja, aber da ist schon einer bei B. Der Madul? Glaube schon. Keiner weiß wie er heißt. Adol hab ich grad cool. Mutti, ich bin bei dir. Boah, scheiße. Der liegt an der Rolltreppe, der Don't Cut. Ziele erst mal kurz a ja da liegt ja da liegt nachher die haben eh die haben eh Spornbecks schmissen bei Adder können ein Gift drauf nehmen hier deine Medikin oder kommt was hoch wo er hinter mir aber ich kann dich leider nicht holen das ist kein Thema aber ich kann deine Ach, schon, lach mich nicht mehr. Ah, da kommt der Nächste. Axio, du Captain. Jetzt hab ich dich. ACWR, Mastercard. Das war jetzt wirklich aller in den letzten Jahren. Hörst du das hier? Ich hab dich schon wieder verschwinden sehen hier vor mir. Im anderen Haus drüben ist noch was los. Mini, geh mal her zu mir nochmal zurück. Gute Arbeit Männer! Von der Rückenwelt aus dem linken Haus Hörst du hier auch was gehört? Da hab ich auch gerade einen auf dem linken Haus gesehen. Aber was halt mal kurz leid, alle?